es ist mir gut dann gehen wir dann auch schon gehen oder gucken mal hier runter ich muss mal den domino da musste jetzt zwei und die anderen zwei sind da unten noch drei die richtung ja die gehen sowieso die gehen sowieso darüber zum container dann lasst ihr einfach hier abpassen wird mich irgendwo hier so hinbegeben wo ich die vielleicht dann so ein bisschen fallschaden und was ich habe ja mittlerweile ein desinfektionsmittel nur für fallschaden dabei sie haben beide zum container dann gehen das passt gut und deswegen ich wollte wollte dann halt das gewinnerteam was dann nichts an hier runter kommt dann abfangen weißt du mir dann so hier stiefeln und sich freuen dann komme ich und sag aber an deinem bösen lacher musst du noch arbeiten das ist der zweite könnte aber auch zum container gehen ich bin erst mal gucken nächstes funksignal ist hier da sind sie raufgegangen die wollen die wollen zum sich vielleicht lass uns mal zu sich gehen noch mal zum großen ich komme nicht hoch das ist zu fett geworden ist auch du musst denn ich muss schon mal gar nicht ich gehe mal zum großen mal schauen wo die anderen sind wenn ich immer zum container das sind jetzt beim container die anderen hier sind die drei und oben sind die zwei also gehen wir jetzt hin maxi oder nicht ich gehe zum haus da hinten sind sie einer ist tot ist tot einer tod flucht auch eine gegründet ja dann habe ich gekillt nein ich habe ja ja den habe ich nur angeschossen kommst du helfen dann abfahrt die wollen jetzt darunter gehen zum tresor hast du gekillt ja 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 marcus hat ihn gekillt ich habe zweimal angeklassen die anderen waren gerade an der comm station dran die wollen zum safe ja die kann ja auch beim aus sein noch war ich dein ernst maxi dass du da eine sprengfalle dran packst ich habe keine strengfalle angepackt marcus marcus müsste auch noch erst noch pinks ja alle springen machen ausgang ist offen aus sind hier ja ist gut maxi ich bleibe hier oben auf dem dach vielleicht aber nicht einschlafen ist okay kowalski analysiert hier oben erst mal durch nichts bewegt wollen gleich hier rüber gehen also gleich gleich hier maxi ja hier ist einer an der lockt an der lockt sind zwei beide beide ja kommen rüber kommen rüber zu mir lassen wir gehen ja kommt einer ganz vorsichtig die begehende gerade den größten fehler ihres lebens du das ja zweites dort ist nur mit der der ist noch mal hinten bei der der ist hier ah wie geht denn das ist direkt hinter der lock ich kann gerade nicht bringen ich weiß nicht wie bingern geht ja ja hier ja hier hinten drei wo drei bei drei ist er schon ja ok da haut er ab na gut da hole ich mir jetzt wollten wir euch den loot holen von den cashbacker ja ich geh schon da her oh ah die haben viel kommt nur her meine freunde na gut ich habe nämlich noch gar nichts dann nehme ich das loot von maxi man hier den anderen habe ich glaube ich hier gekillt der hat nur der hat nur maschinengewehr der trottel dann gehen wir hinten raus wir haben uns jetzt den pop und dann geht es los der hätte ja wirklich nur das maschinengewehr dabei das wäre übermütig die runde nix und niemand getroffen aber das macht ja nix kann mich erst dann ist der keim macht ja nix dann gehen wir drunter und gucken dafür haben wir einen container auch direkt auf der brücke da oben kommt wahrscheinlich eh kleine gleich einer von rechts na der wird der auto runter stiefeln oder das ist bis du jetzt auf den sack gefallen marcus ist kill geld läuft dem gegner hingegen md3 bin tot marcus marcus war kill geil warte mal maxi warte mal stiefeln mal nicht so einfach da hoch wo waren die genau naja direkt hinter der hütte ich bin quasi hinter der hütte gerade ein werk hochgekommen die haben sich direkt hingelegt und ratatouille gemacht maxi du stehst da aber nicht so sonderlich gut in deckung ein einziger hit keine ahnung wo die sind sind den weg wieder zurückgegangen ok so hier oder was also ungefähr oh nein ich sehe einen ich sehe einen wo kommt in meine richtung ein war hier wo ja unten sind unten unter der baumgrenze tot muss aber irgendwo noch einer sein ich sehe ihn im wald wird auf dich gesniped ja von wo von links keine ahnung ich sehe ihn hier im wald da ist der idiot da ist ein p dabei oh mein gott ich hab richtig ich hab keinen plan wo maxi warte wir müssen uns mal um den anderen kümmern der hat mir richtig einen reingedrückt aber ich hab keinen blassen schimmer von wo da drüben da liegen sie beide beide das war ganz kurz hier weg den einen habe ich getroffen den anderen habe ich auch getroffen sind die immer noch da ja laufen hier im wald wieder rein sieht man keinen weil sie sich heilen müssen ein bisschen darf oh hier links läuft einer maxi wo hier am gebäude auf meinem ping hier das ist gar nicht gut kannst du deinen ping weg gehen links von uns links von weg sind wir hier ja das wurde jetzt gleich hier rechts ich will den ping weg machen das ist jetzt irgendwie nicht so geil maxi ja mix ist es meine ecke die hat eine fg 42 strahlung kommt schon maxi das ist meine strahlung ist ein strahlungs wo ist denn der idiot container oder drop jetzt ob sind die schon zwei die die dort läuft schon einer dann brauchen wir den da oben ja dann finden wir nicht hier ist markus machen wir noch mal der hat sogar noch alles drin dann haben sie nicht mehr gelootet die haben sich nicht getraut hast du ihn jetzt gelootet ich habe jetzt nicht alles gelootet ich habe nur ein teil rausgenommen ring mal na dann müsstest du jetzt ein paar haben ist gleich vor uns rechts hier irgendwo vor uns sein so jetzt muss ich mich mal halten ja nächste fliege die dich anscheißt dann würde ich sagen wir haben noch wir haben noch genug zeit um die tresore zu machen und zu verpieseln das sind die zwei nach unten die waren die waren am drop die waren am drop nicht mehr hier ist noch einer aber ich glaube das wird das wird erschöpfen oder keinen hier seiner ich habe den anderen höchst im haus so nimmt den rest ja komme und ich brauche die platte ich nehm es dir schon nicht weg ja ich schon ganz schön rot die indianer indianer ja dann gehen wir gleich mal hier und dann rauf zum sieg sichtweite sichtweite ist er nicht aber hier spawnt unten auch gleich wir dahinter spawnt gleich wir hier hinten spawnt normalerweise hier hinten sehe ich schon einen hier hinten wo denn hier hinten ich habe ihn jetzt verloren da fällt mir doch gerade so auf ich treib sie mal in deine richtung macht es über die über die ja low 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 so bei der stark haben wir meine platte genommen hat zwar pink markus schon dabei und scheint hier 21 ist der drop man oder was der lachs denn dropper da dann gehen wir hoch zur kirche oder was maxi warst du schon dran ich bin noch mal schauen wo wir es beten oder was hier sind gleich welche bei dem haus na dann los da wollte ich ja ursprünglich hin und dann wird nur gesagt ich bleibe ich da richtig ist schießt schon wer auf mich ok hier hinten sehen ja habe ich gesehen wo ist der ja ist er sich gerade eingekackt oder was er biegt mit dem block und dann geht er in die knie was ist mit ihm wo ist der andere jetzt der vom haus ich weiß nicht wo der andere vorhin war beim haus direkt im haus drin hier war er drin ach war der immer noch da drin hast du ihn da gesehen gehabt ne ne gesehen habe ich ihn nicht aber ja ich dachte das war der der ist dann darüber gelaufen der hätte ich jetzt gedacht ne glaube ich nicht oben gerade oben irgendwo ab dem berg keine mensch weiß wo der ist aber er sieht mich kein plan wo mich auch wo er er hat von rechts auch geschossen alter wie denn wo denn was denn ja klar und auf die platte du kleiner urnsinn ich sehe ihn nicht mich auch nicht mich auch nicht er trifft mich wieder ich sehe ihn beim berg irgendwo sein doch nicht hier ist er ich sehe ihn ich sehe ihn auch er geht auf den weg ach ja sehen so ein guter schuss der andere kommt uns pushen ich ein der eine ist tot der eine ist tot oh fuck wirklich wo ist der andere bei dir julian hat er mich getroffen in dem busch renner hinter dem stein ja 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 guter plan markus schießt in die mutter tot keine funksignale wie er es war ja ja wo ist der andere gestorben hier im busch der hat schön ich lasse euch was über ich nehme mir nur noch gehen wir jetzt aber in meine in meine gewollte küche so woher kommt denn der erdruck ah da müssen wir runter da müssen wir Gas geben hier ist eine zweite die eine ist hinterm die eine ist hinterm altar die andere ist unter der treppe die dritte ist hier sexy 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 wow da war ein ping drin was war denn das für eine kiste gute gute gold hat er schön noch eine bombe gelegt unser kleiner bombenleger hier ja verdammt ich habe was kommen wir die dasten nicht zusammen ich habe keinen mitgenommen ich habe keinen mitgenommen aber ich muss noch splittergranaten ich habe noch eine die schmeiße ich euch jetzt entgegen Achtung splittergranate ich werde da nicht lang gehen ich glaube ich muss das outfit wieder ändern mit meinem outfit bin ich allergisch gegen kills mitmachen ich habe also zu finden lieg dollars zu고 zu noch mal über auf es es hier anschließend es ist Vielen Dank.